Das ist quasi der Doktor und der erlebt jetzt hier auch noch mal einige Geschichten. Und ich dachte erst einmal, wenn wir das mit Black zu Ende gespielt haben, ist die Welt in Ordnung. Aber das Red, also der Typ, der ihm den Helm da verpasst hat, der Professor, der steckt dahinter. Und mit dem müssen wir auch noch einige Dinge auflösen und spielen und das machen wir jetzt noch mal. Und ich gehe mal davon aus, wenn wir da ein paar Szenen gespielt haben, dann müsste das Game auch vorbei sein. Okay, wir sollten eine Waffe finden. Wobei, ähm, der findet hier auch eine Waffe, wenn er die angreift. Weil ich weiß ja, wenn er mit Space, äh, können wir die hier ausschalten. Und wenn die eine Waffe dabei haben, kriegen wir die hier auch. Das war aber knapp. Ich habe gar nicht gesehen, dass da auch noch einer war. Vielen Dank, Hope. Das war sehr gut. So, irgendwer schießt hier noch, oder? Also mal gucken, bisschen Orientierung hier. Ist aber auch geil, dass man sich da warpen kann. Das ist gar nicht so verkehrt, muss ich sagen. Das erleichtert es auf jeden Fall. Das erleichtert es auf jeden Fall. Alter, da kommt der da angelaufen. Der hat uns zerlegt. Das hätte ich ja nicht gedacht. Meistens halten wir ja immer noch ganz gut was aus. Das ist ja nicht so verkehrt. Das ist ja nicht so verkehrt. Krass, dass die immer gleich rausfinden, von wo ich schieße. Das finde ich immer ein bisschen albern. Das ist ja nicht so verkehrt. ein bisschen verstecken ist gar nicht verkehrt hier das sind die Anatypen jetzt auch weg ja, weil ich es geschafft habe die Szene zu starten, ist ja faszinierend interessant das ist die 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 Also da steigt doch keiner mehr durch, der die ganze Geschichte, hier, wenn man sich alles aufschreibt. Also da steigt doch keiner mehr. Also da steigt doch keiner mehr. Was ist das? Bisschen erholen, bloß keine... bloß nicht drauf gehen, wir sind jetzt so weit gekommen Hier, da hinten ist auch noch einer Da auch Ah, dann sogar zwei Okay Einer muss auf jeden Fall noch da sein Da sind mehrere wahrscheinlich Okay, was ist da passiert und wo ist Predo? I will not fucking calm down Tell me what's going on Tell me why I wasn't informed Or head to a fucking row Auch interessant Hier war vorher noch ein Zahlenschloss dran, was wir geöffnet haben So ein Keycard-Code, wie man das auch immer nennen mag Jetzt ist hier alles offen Ganz andere Situation So ein 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 Sehr gut, haben wir geschafft. Okay, auch krass, der Doktor ist kein Elite-Soldat, läuft aber hier rum, obwohl er hat ja vorhin selber gesagt, er ist nicht so gut wie Black, aber ist trotzdem irgendwie alles rauszufinden. Okay, wie war das bei ihm hier mit V, ne? V, konnte man irgendwie die Umgebung scannen, oder? Schauen wir mal weiter, aber ich glaube, wir sind doch von hier gekommen. Genau, von hier sind wir gekommen. Wollte gerade sagen, du kannst ja oben und unten drücken, aber das ist ja alles die zwölf. Gucken, was wir da rausfinden. Das ist ja da, wo die Büros sind, ne? Und wie befinden wir uns in einer Zeitschleife Zukunft und Gegenwart, weil einerseits sind ja auch die Wachen weiterhin da, die wir dann umbringen müssen, andererseits rekonstruieren wir hier die ganze Zeit unsere Vergangenheit. Schon faszinierend. Okay, hier finden wir nichts. Hier können wir auch nicht hinteragieren. Ah, hier gibt es das. No, ich will nicht bleiben. Go on. Leute sprechen. Du musst dich aufhören, mit Lenore. Du musst dich nicht aufhören, Leute, aufhören. Oh, komm, Black. Sie waltz in hier, und jederzeit sie sieht mich, sie verletzt es. Was soll ich hier tun? Ich arbeite hier. Ich muss mich aufhören, um mich zu stehen. Ich weiß, aber nicht egal, was geht mit Ramsey und Ramsey ist, sie ist still der Big Man's Wife. Calm es down. At least für die Verseeable. Nur bad things will come of it if you don't. Ist das eine threat? Nein, Atkins. Es ist nur ein friendlyer Wissen. Doktor, all memory recordings of Rose Atkins have been accessed and reviewed. Would you like me to prepare a simulation for you to explore? Okay, jetzt sollen wir herausfinden, wie tief er an der Sache verstrickt war. Oder sie. Oh, was ist denn nix hier los? So, wieder eine Störung. Hello. Sorry to call you here, Rob. You weren't answering your mobile. I can't talk right now. I'll speak to you later. Is everything okay? She's gone. Who's gone? Lenore? I have to go. I understand now. That girl, Grace. That was the girl from the explosion. Das sieht ja auch geil aus hier mit dem Bambuspflanzen. Wow, nicht schlecht. So. Ja, das ist ne CD-ROM. Die kann man aber nicht nehmen. Wir haben alle gestohlen, um das zu benötigen. Wir haben alle gestohlen. Und wir werden alle benötigen. Der original Plan war da für eine Grund. Relax, Black. Just so gut, was er macht. Du gibst ihm nicht genug Geld. Ich habe gesagt, dass du ein Augenblick auf ihn stehst. Ich habe gesagt, dass du das gestohlen hast. Es ist besser hier, Black. Du siehst? Ramsey, Ramsey doesn't care about Lenore. He cares about me. It's far more effective to get the girl. And it's the same outcome either way. No, not the same outcome, Atkins. The plan was to break him, not provoke him. Man, 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 die ganze Verschwörung und so. I was a pawn in a game. You didn't even know was being played. Grace? I couldn't live in any clearer. Get Lenore on side. Bring her in peacefully. No one gets hurt, I said. And do not let that idiot Jasper be at any form of explosive. He doesn't know what he's doing. He seems to know a lot about bombs to me. You don't know bombs, Atkins. And you don't know him. But I know both. And I can tell you this with absolute fucking certainty. He has put the lives of anyone near that bomb in danger. His own men included. That bomb goes off. We're all fought. Krass, in welchen Zeitschleifen wir uns hier mal bewegen. Wir gehen da wieder durch einen Raum, kommen dann wieder in den selben Raum irgendwann wieder rein und dann gucken wir uns die nächste Geschichte an. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh, das sieht ja geil aus, ey. Es sollte sein Mutter. Mutter, Mutter. Hope, sind Sie able to detect Grace's Presence in dieser Erinnerung? Negative, Doktor. What else is happening here? Have you got to go? We brought her in, yeah. And the ransom demand? Not yet. We'll send it in the morning. And it's not too late. Don't get any ideas. You can't do anything to stop this black, so don't even try. Listen very carefully. You're gonna tell me where it's keeping her, or I'm gonna kill you. Do you understand? Don't be ridiculous. Tell me or I kill you. Schön, dass die Tür schon von alleine aufgeht. You're one glimmer of hope in all this, my savior. He wasn't even trying to save me. For me, he was trying to save himself, so, so. Is it possible that... Is what possible, Doktor? Never mind. Oh, woher geht's? Oh, mein Gott. Ich bin ja nicht so ein Fan von diesen Szenen, aber die gehören ja irgendwie dazu. Jetzt ist ja alles schwarz. Das müsste es doch eigentlich passen, oder? Oh, die Szenen fehlt hier noch. Jo. Alles klar, gut kombiniert, Watson. How dare you? You didn't do this for your family. You did it for yourself. You want to know the role your family, your mother, played in all this. An excuse. An excuse for just another one of your obsessions. Another playback malfunction, Doktor Ramsey. Recommend abandoning the review until emotional stability returns. I am perfectly stable. Just bring me back out. I left this behind for you, you know. Setting up my own studio, taking on commissions. I left it all behind to be your wife. And for what? Shit. Toll, ich wollte mit dem Bild interagieren. Kann das jetzt nicht, oder wie? Hier waren wir schon. Geht's hier weiter. Mit dem Bild haben wir doch schon interagiert. Hinten, ähm, der Fernseher, wo kommt, wie kann man da denn hin? Hier wahrscheinlich von hier aus. Hier von da aus ist ja gar nichts zu sehen. Hier sind wir ja schon gewesen. Hier sind wir ja schon gewesen. Hier kann man nichts machen. Hier kommen wir eben auch noch nicht rüber zum Fernseher, warum nicht? Hier sind immer wieder äußt. Wir werden inconvenienendstet die, Grace und ich. Es ist nicht nur dass du uns verlangst. Es ist dass du uns nicht einmal wenn wir da immer in der ersten Limburg. Having difficulty locating you, Doktor Ramsey, du könntest θα nur zn sketfourazuje gehen. um da hinten zum fernseher zu kommen immer noch der mahnung müssen hier lang das geht nicht wir fallen zum fernseher wollen immer runter war hier nicht noch ein bild wo wir mit interagiert haben es gibt immer ganz viele dinge mit dem man interagieren kann die man benutzen kann um das fliegel zu lösen jetzt gehen wir mal hier rüber hier wo können wir denn noch hin hier 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 jetzt kommen wir rüber zum fernseher alles klar prima das ging ja die ganze zeit nicht hier mann 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 mächtige rätsel am start mal hier 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 Die Bilder verschwinden langsam alle. Okay, sie verlässt ihn. Das sieht aber auch wieder nach emotionalem Absturz aus. Okay, Dr. Ramsey. I must recommend abandoning review. Emotional stability is required in order to proceed safely. Let's load up the third bookmark, can we hope? Did you hear me, Dr. Ramsey? I said I recommend abandoning... I heard you! I heard you. Please, just load the third bookmark. Yes, doctor. Well, I mean, she warned us. Who can she not do? Yes, continue. Come on. Loading. Please note, as with the second bookmark, memory geography is likely to be fragmented, and combat is a strong possibility. Thank you, Hope. This is Black's meeting with Howard, correct? Confirmed. You tagged this memory with reference to both Black and Howard, Dr. Ramsey. Final piece of the puzzle, it seems. Okay, wir landen nochmal hier. Und man sieht auch schon die Instabilität. Atkins is Black. Can you talk? Good. I'm gonna see him now. You still on board? I don't know, for sure, no. But I've got a pretty good idea. Yeah, well, if that's the case, it's been a pleasure knowing you. I don't know. Call it instinct. Speak later. Memory glitches becoming more and more frequent. Well, I'd say my greatest strength is probably my determination. Because I'll work harder than anyone else. If something needs doing, I will do whatever it takes to get it done. Damn you, Rose. Damn you to hell. This could all have been avoided if I just listen to Lenore. Yeah, the whole system becomes more stable. Das ist schon ein gelber Fleck da oben. Die Sonne, oder? Das war zu viel. Ich hab eigentlich gedacht so, naja, das schaffst du noch, aber naja, das machen wir nochmal. Ah. Das war's. Heftiges Geballer, sag ich nur. Ja, da hab ich ja Glück gehabt. Nicht gedacht, dass da einer aus dieser Richtung noch kommt. Ja, da hab ich ja Glück gehabt. Ja, da hab ich ja Glück gehabt. Ich sehe gar keinen, der sich hier irgendwie bewegt. Oh, hier können wir eine Fragmente erstellen oder einen Endkram. Ja, sicherlich. Ich werde dir mehr Details von Izagawa geben. Jetzt weiß ich, dass wir uns wiederverstanden haben. Das muss uns wiederholt werden. Aber ich habe dir ein Geschenk. Das ist ein Buch. Für alle deine brillante Ideen, die verändern die Welt. Damit du dich nie vergessen hast. Oh, Lenoir. Was habe ich getan? Eieieiei. Da war ich aber ungünstig gestanden, würde ich sagen. Na gut, dass er von da wieder anfängt. Boah, da muss ich mir einen anderen Weg suchen. Das geht von da aus gar nicht. Ja. 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 Ich kann ja eigentlich nur Linkstock geballert werden. bei dem, ist es nicht alles. Also muss ich nicht immer noch versuchen. Dib? Oh oder? Ach du mal? Oh oder? Oh. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Obes. da geht es aber richtig zur sache jetzt soll ich schaffen ein bisschen geschickter sein ja Das war's für heute. Das war's für heute. Hier ist ein Samba. Die schießen aus allen Richtungen. Ja, wir sind so ein bisschen auf der Flucht, aber egal. Oh, wieder eine Erinnerungslücke, die irgendwie nicht so richtig funktioniert. Was weiter so geht, werden wir wahrscheinlich noch sterben. Also Black scheint ja doch irgendwie mehr Dreck am Stecken zu haben, als ich am Anfangs dachte. Klar, das war mein Charakter. Und ich habe immer gedacht, so Red, also der Typ, der dafür verantwortlich war, dass ich die Mission erstellen muss. Dass der einfach eine Macker hat. Ja, ich bin gespannt, wie es ausgeht, wenn er jetzt rausfindet. Wer quasi Mist gebaut hat, ob er ihn dann nochmal freien lässt, weil die sind ja im Grunde genommen immer noch nicht befreit. Oh Gott. Warum musste der Typ mich jetzt killen? Oh Gott. Bis zum nächsten Mal. Oh Gott. 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 ich schieße von allen richtungen das war doch schon wieder mist so funktioniert das nicht auch wenn wir nach mitternacht haben das ist keine ausrede so unkonzentriert zu sein so 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 Hier können wir wieder nicht rüberspringen. Ich hoffe, dass die anderen auch eingelaufen kommen. Die Geschichte hat uns quasi nochmal gerettet. Im Grunde genommen, wenn man überlegt, wie das Game angefangen hat, gerade in so einer Irrenanstalt mit Wahnsinnigen und so. Das war alles so altmodisch. Jetzt hat man moderne Waffen und so ein bisschen mehr im heutigen und im Jetzt und in anderen Umgebungen. Das macht es dann noch ein bisschen attraktiver, das Ganze. Ich hoffe, dass die ganze Vernetzung jetzt endlich aufgehört haben. Oha. Gucken wir mal, ob das so funktioniert. Aber er hat ja nicht gehört. Sie hat ja öfter mal gesagt, er soll das nicht machen. Oder besser gesagt, sie holen ihn da raus. Ich habe ja das Gefühl, wir kommen da nicht mal raus. Ich habe das Gefühl, wenn ich die Körner-Gun habe. Ah, ja. Wenn du meine Körner-Gun hast, für Robert Ramsey. Ich würde einfach nur auf dem Platz töten, ich fühle mich so viel besser über alles. Ich denke, du hast das gesehen. Hier kann man nicht warpen, hier kann man nicht durch. Dann musst du hier wieder lang. Ich habe das Gefühl, dass das System... in dem er sich befindet, das Freude zusammenbricht. Das ist gut, dass du das Geld hast. Das ist gut. Ich habe gut. Ja, aber nicht gut wie du es wäre. Nicht gut wie du es wäre. Das ist nicht über die Geld. Das ist gut. Okay, gut. Dann geht es. Ich werde meine Verteilen, Ramsey hat einen unglaublich richtigen record von Ihren Verwärten. Viel mehr so als die Polizei. Also ich, wenn mich jetzt einer fragt, um was es genau gehen würde in dieser Geschichte. Also, ich müsste schon ein bisschen passen, irgendwie. Es ist so viel durcheinander hier. Warte, das sind ja auch Geschichten, die wir jetzt hier mit Black schon gesehen haben. Sie arbeiten für mich, nicht Ramsey. Ich devise ein Plan zu bekommen Ramsey's Pandora device, und du carry es aus. Du wählst deinen Preis, within reason, und wenn du erfolgreich bist, ich werde über die ganze Korner Gun fiasco und wir beide beide sind auf unser Meri-Way. Wie soll das sein? Wenn ich nicht. Du bist, weil du useful bist, Black. Du hast keine Ideen. No. Das never macht any sense. Excuse mich? Ich sage, no. Ich bin nicht sicher, ich bin klar genug hier, Black. Oh, du bist klar. Aber ich verfüße dein Offer, Howard. Ich werde nicht arbeiten für dich. Ich werde nie arbeiten für dich. Ich werde nicht aus diesem kleinen Plan von dir aus. Ich habe nicht auf das Wort gelassen. Ich verfüße. Ich werde nicht auf das Wort gelassen. Das ist eine Anwendung. Aber ich werde nicht arbeiten können. Und sehr verrückt. Allerdings, ich werde dich arbeiten für mich. Ich habe ein Plan, das ich weiß, wird funktionieren. Ich habe jemanden in mir, die ich weiß, wird helfen. Ich will nicht Ihre Geld, deine Esstärken und deine Resource. Ich werde in charge, und ich werde Ramsey wegziehen von der inside. In return, I'll get you Ramsey's Pandora Tech. You do exactly as I say, or there's no deal. So, it was you. I trusted you, Black. I gave you work and paid you well. And this is how you repay me. After all we've been through together. Everything that happened to my family, to Grace, it was all because of you. My own employee. Well, you're not so imposing a figure now, are you, Mr. Black? Nothing but a vegetable in my basement. I could do whatever I want, and there would be nothing you could do about it. Well, fuck you, Black. Fuck you to hell. You were dead when you came in here, and there's no way I can let you go now. You were the architect of my downfall. Perhaps ending you is a mercy I will come to regret. I will find out in time. Goodbye, Cold Black. Doctor, I'm getting some very strange readings. Extreme caution advised. You never focused on what was important! Grace? Grace? Is that you? I understand now. What a crazy story. I understand everything. I know you're there. I know you're watching. You had it all back once. I know. My child, I know I did. Grace? Can you hear me? You had a family that loved you. Can you hear me? Let me know if you can hear me. How could you get it so wrong? Grace, shit. Hefty, hefty, this game. So, und wo geht's jetzt lang? Hier ist noch eine Tür, aber die wird nicht aufgehen. Grace, if you can hear me, I'm going to show you some things, okay? I'm going to show you how all this came to be. Your mother was right. This was all my fault, and I'm sorry. I'm so sorry. Let me help you understand. I get it now. This is all because of you. Grace, please. You let us all down. You put your creation before your family. You let me down. I know. I was so full. Heftig, heftig. Und da hab ich durchgeknallt, Dr. Red here. Give me a chance to explain. I needed a doctor. Where were you? Let me show you. So, Game Ende, ja? Let me show you. Oh, wir schweben. You're familiar with this man by now, my love. He protected everything I'd work to build. Did all the dirty work for me. But I made a terrible mistake. I knew this will upset you, and I'm sorry. But your mother and I, we just grew apart. Rose understood what I was trying to accomplish with the Pandora in a way that nobody else could. And I did love her. But I never stopped loving you, Grace. I thought we could finish up a little early today. Go and grab a meal at that new Thai place. Let off a little steam. What do you think? If this is going to work out between us, you need to understand that Lenore and Grace will always be part of my life. That's just something you need to accept. You either commit to something, or you end up with nothing. I couldn't commit to Rose, because I didn't want to abandon my family. And I couldn't commit to my family because I was too consumed by my work. And Rose was right. I ended up with nothing. I can't live like this any longer. With every day that passes, another little bit of me dies. I know you're too blind to see it, but you did this to her. I can't bear the sight of you, and I refuse to be your wife. I couldn't commit to her. Couldn't give her the love she deserved. But I refused to let her go. And as for you, Grace, my darling daughter, I loved you so much. Adult brains, I understand. But this, this is just incessant, incoherent gambling. What on earth is she doing? I just didn't understand what it meant to be a father. All right, you. Come here. Although I have no idea what you're saying, and I can say with a reasonable degree of certainty that you have no idea what I'm saying either. I got it wrong, Grace. And I'm sorry. Your mother once said I used you as an excuse to work. I don't know if she was right. But I know I wanted you to be cared for, and I know I wanted you. I wanted you to have a father you could be proud of. I'm sorry. I failed. Okay, Grace. It's time to finish the session. You've seen everything. Just give me a moment. Krass, jetzt spiel... Aber... Simulation beenden. Ich dachte, wir spielen jetzt Grace auch noch mal. So, Freunde. Ich würde sagen, wir haben's geschafft. Ja, das war echt krass. Ich habe noch nie ein Spiel gesehen, wo ich dachte, ey, wir haben's gepackt. Und dann geht das einfach weiter. Mit einem anderen Charakter. Und, äh... Ja. Das war alles sehr emotional und sehr viel. Und das muss man erstmal alles sacken lassen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall, ähm, für eure Aufmerksamkeit. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Game. Und, äh, mal gucken, was wir dann spielen. Ich würde mir ja Schönes raussuchen. Auf jeden Fall war das hier sehr, sehr krass. Unglaublich. Und die Dialoge führen sie immer noch. Das ist Business. Und, was ich gehört habe, dein totes Freund hat euch sehr knapp für das Haus. Okay, wir machen an dieser Stelle Schluss. Und lasst ihn da noch ein bisschen quatschen. Denk mal, wir haben jetzt alles gesehen. Reimt euch die Story zusammen. Ich bin manchmal immer noch am Rätseln, was da genau passiert ist. Aber ein schönes Game, glaubst euch das. Hat mir echt gelohnt. Bis zum nächsten Mal.